Hallo Freunde, herzlich willkommen aus Köln heute und zwar, man sieht es schon, wir stehen vom Dom auf der Domplatte und ja, bald kommen die Gamescom Vlogs, könnt ihr euch schon drauf freuen, wir werden morgen reingehen, ich lade das heute noch hoch, also ich bin heute in Köln und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf, direkt jetzt nach Prag, dem Vlog, vielleicht den Gamescom Vlog und ja, wenn es irgendwas erwähnenswertes gibt, wie gesagt, ihr könnt mir gerne auf Instagram oder so folgen, da werde ich immer mal heute Fotos hochladen, beziehungsweise morgen oder auf Twitter. Und ja, wie gesagt, da würde ich sagen, wir werden morgen reingehen und ciao.